Halt! Hast du da etwa ein Straßenschild? Nein, 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 nein. Code 3, ich brauche Verstärkung. Nein, warten Sie, das ist nur ein Schild! Legen Sie sofort die Waffe auf den Boden! Das ist ein Schild! Er hat ein Schild! Ich werde erstmal nicht auf ihn schießen! Was schießen? Ich glaub's nicht, er will abhauen! Ja, und dann hab ich halt Ihre Nummer geklärt. Ist was? Kein Bock auf sowas. Lauf doch!